Alter, wie geil. Gibt das extra Punkte? Okay. Ich hab keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Äh. Wie alt... Wie alt bist du denn? Die sieht aus wie 70. ...überfallen haben. Geht es dir gut? Ja, es geht dir gut. Wir waren dort, bevor sie was tun konnten. Das ist toll. Vielleicht besuche ich sie mal, wenn ich zurück bin. Ja, warum nicht? Es macht keinen Sinn, mehr etwas aufzuschieben. Das stimmt, es macht keinen Sinn, mehr etwas aufzuschieben. Ähm, oh mein Gott. Die armen... Uh, uh, uh. Die armen Kerle. Ähm. Ja, jetzt haben wir ja soweit eigentlich... Ich schau nochmal eben auf die Karte. Jetzt haben wir ja soweit eigentlich alles schon mal gecleatet, ne? Voll geil. Also die Bereiche gehören auf jeden Fall uns. Hier sind noch... ...Radios... ...haben wir 5 von 5, 14 von 14, 2 von 5. Die Fahrzeuge würde mich brennend interessieren. Wo es die gibt? Wo gibt's denn diese Fahrzeugmissionen? Weil die würde ich gerne finden. Da haben wir 2 von 5. Oder müssen wir da einfach Fahrzeuge finden und zerstören von denen? Aber bisher haben wir ja 2 zerstört, wenn ich das richtig rechne. Kleinen Moment, ich muss mal eben abniesen. So, da bin ich auch schon wieder. Boah. Da kitzelte es mich etwas in der Nase. So. Aber wo sind denn hier Fahrzeuge von denen? Ich meine, ich kann ja schlecht jetzt hier die ganze... ...die ganze... ...den ganzen Bereich absuchen. Boah, cool. Weil ich feiere das Spiel immer noch so. Das ist echt geil. So. Wo rennen die hin? Da ist schon wieder irgendwas im Argen. Ich bin mir nicht ganz... ...bin mir nicht ganz sicher. Ob man auch irgendwann so ein Luftschiff runterholen kann? Oh, guck mal hier. Hier liegt jemand. Kann ich den looten? Oh, ich glaube... Ich glaube, der wurde vom Auto überfahren. Weil ich aber stark bezweifle, dass das Auto noch vor kurzem gefahren ist. Nun gut. Aha. Ich glaube, das ist in so Zonen eingeteilt, ne? Die Gebiete. Kann das sein? Wo komme ich denn hier hin? War ich hier schon? Hier ist auf jeden Fall ein Radio. Ich versuche das mal... Ich versuche das mal einzusammeln, das Radio. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon habe. So, hier erstmal hochklettern. So. So. Da ist das Radio. Hallo? Hallo? Ist gerade ganz schlecht, der Empfang hier von dem Radio. Ich dachte, man kann das... Ich schaue gerade mal, ob wir von hier aus ein Fahrzeug sehen. Von denen. Aber dem... Ja, dank meiner Hilfe. Ich bin die Revolution. Sonst niemand. So, dann gehen wir nochmal die Straße entlang. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie so ein Fahrzeug. Ansonsten. Schauen wir mal, wo es weiter geht. Das ist kein Fahrzeug. Aber wir können ja übrigens auch mal ein Motorrad nehmen. Aber wir können jetzt sowieso durch die Straßen heizen. Wenn ich jetzt ein Motorrad finde, natürlich. Auf die Schnelle. Auf die Schnelle. Auf die Schnelle. Maste hier. Eine Riesenwelle. Eingebildet. Arrogant. Ach, guck an. Ein halbes Motorrad. Zumindest auf der Karte. Äh. Warte. Ja, jetzt suche ich mir das Motorrad. Ja, guck mal einer an. Und sogar Munition. Gesundheit. Ich bin so schlau. Ich habe wieder von oben angefangen, ne? Achso, die anderen gehen gar nicht. Achso, die anderen gehen gar nicht offen. Das ist natürlich auch geil. Okay. Dann wollen wir mal eine Runde Motorrad fahren. Ihr wisst ja, ich bin ja der geborene Motorradfahrer. Vor allem, was das im Spiel angeht. Yeah. Sorry. Ich will da nur ein bisschen Ausschau halten, ob wir irgendwas finden an, äh. Es hört sich immer so an, als ob das Motorrad jeden Moment explodiert, ne? Mit diesem bling, 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 bling. Häm, bäm, bäm. Ich frage mich, wo wir hier Fahrzeuge finden. Okay, hier kommen wir eh nicht lang. Oh, ich dachte, ich könnte höher springen. Sah nicht so steil aus von Weitem. Yeah. Äh, komm, fahr. Ist das ein Fahrzeug von denen? Das ist doch ein Fahrzeug von denen, oder nicht? Oder irre ich mich da? Oder, ne, so Revolution ist von uns. Boah, wie cool. Ähm. Was stimmt hier an, war ja ein Fahrzeug zerstört gehabt. Ich entsinne mich in diesem Güterbahnhof. So. Aber irgendwo wird sich schon so ein Fahrzeug finden. Vor allem geht das jetzt ein bisschen schneller mit dem Motorrad. Yeah, Giovanni, go! Oh, uah, 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 uah. Also ich vermute mal, dass das feindliche Fahrzeuge sind, die man zerstören muss. Die Frage ist nur, wo sind die? Was bimmelt denn hier? 47, 46, 45, 42, 35, 27. Was heißt denn das? 15, 14, 13, 11, 14, 17, Moment. 17, 15, 14, 13, 13, 12. Ach, hier sind noch ein paar... Kann das sein, dass er hier meint, die... Hä? Das Radio hier zum Beispiel auf der kleinen Mini-Map hier am Motorrad? Jetzt ist es genau hinter uns. Anscheinend. Wenn ich das richtig deute. Und jetzt ist es rechts. 20 Meter, 25 Meter. Ich steige hier mal ab eben. Genau, fall du erstmal um. Ist es vielleicht hier drin, hier oben? Wie komme ich denn da rauf? Kann ich hier hochklettern? Na? Hallo? Guck mir nicht zu, wie ich hier kläglich versage. Wie komme ich denn... Wie komme ich denn hier rein? Gibt's da ne... Na, hallo? Hallo? Okay, ich kann auf den Zug nie... Doch, ich müsste eigentlich auf den Zug springen können. Vielleicht hierüber? Aha, okay. Na? So, wie komme ich denn jetzt... Ah. Zack. Wunderbar. Aha, Widerstandslager entdeckt. 4 von 32. Willst du mich verarschen? Okay. Inventar ist voll mit Chemikalien. Lalalala. Haben wir noch einen Spind? Haben wir alles voll? Alles voll, alles voll, alles voll, alles voll, alles voll, voll. Ich bin voll, toll. Ich bin voll, toll. Hier muss auch... Ach, da ist das Radio. Da lief kaum Musik. Also im Radio. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ding immer noch piepst. Und mal kurz rausfinden, was das ist dann. Nee, ist mal noch. 14, 12, 11, 10. Okay, das muss aber, glaube ich, das Safehouse sein, was es bedeutet. 7, 6. Das muss aber hier sein. Ich glaube, das bedeutet, dass hier ein Safehouse ist. Jetzt müssen wir erstmal hier raus, hier aus dem, aus dem Kaff. Weil ich würde gerne nochmal gucken, ob wir irgendwo ein Fahrzeug finden. Ein bisschen die Augen, Augen aufhalten wegen einem, ein Fahrzeug, was wir unbedingt zerstören sollten. Ah, wie cool ist es jetzt hier so durch die, durch die Stadt zu heizen. Macht schon Laune. Und wenn man nicht so dämlich fährt, wie ich es einst getan habe. Und natürlich auch nicht angegriffen wird. Was, wir haben ja einen Schärfschützen? Wo? Wer? Wann? Warum? Ich frage mich gerade, ob wir jemals diese Fahrzeuge jetzt schon finden. Oder ob die später auch auftauchen. Und ob das wirklich nur das Gebiet ist hier, die, ähm... Also nicht das ganze Spiel, sondern generell das Gebiet jetzt mit den, mit den Fahrzeugen. Ob es dann nur angezeigt wird, wenn man hier ist, oder... Okay. Gut, da wären wir ja auch schon hier bei unserer Mission. Wenn wir schon einmal hier sind. Warte mal. Ja. So. Äh, wenn ich jetzt... Da muss ich hin. Yeah. So, warte. Ob das passt? Hä? Jetzt muss ich wieder da hin? Warte mal. Das stimmt doch irgendwas nicht, oder? Komme ich da... Nee. Hier war ich doch vorhin. Hatte ich die Mission nicht schon angenommen gehabt? Hallo. Auf Wiedersehen. Ah, nee. War man auch gar nicht gewesen, glaube ich. Oder? Kann das sein? Bin ein wenig verwirrt gerade. Merkt mir an mir, Gott sei Dank, gerade nicht an. So. Aha, Parking Area. Die sind da gerade fleißig irgendwas am Bauen. Gehen wir mal rein. So. Und ich ging in die Tiefgarage. Und was ich dort fand... ...war ein Schloss, dass ich aufbroch. Und sich das Tor dann automatisch öffnete. Und dann... ...auf einmal irgendwelche Gestalten sporen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Hallo. Ja. Schön. Sie ist ein bisschen merkwürdig aus mit der Mütze. Zieh die mal gerade. Aber ich will noch nicht zurück. Okay. Das ist der Tunnel auf jeden Fall, wo es angefangen hat. Wir entsinnen uns. Und ich ging den Tunnel entlang. Und was ich sah... ...war ein Ladebildschirm. Ein ganz... ...posanter... ...Ladebildschirm. Mit einer dramatischen Musik. Und anschließend kam wiederum nur ein Ladebildschirm. Der Widerstand hat versteckte Ausrüstungslager in ganz Philadelphia. Nimm dir, was du brauchst. Nach dem Ladebildschirm kam ein schwarzer Bildschirm. Entschuldigung. So. Hallo. Willkommen in der gelben Zone von Erlsten. Ach, jetzt sind wir woanders. Kann das sein, dass wir jetzt woanders sind? Hey, geilen Billardtisch. Eins von fünf Stimmen gesammelt. Jetzt geht das wieder von vorne los, wahrscheinlich. Hey, Brady. Hey. Dank dir konnten wir einen Entry Fuß fassen und uns dadurch einen Weg hierher in die gelbe Zone von Erlsten bahnen. Und gerade rechtzeitig. Meine Leute werden in der Polizeistation festgehalten. Und Gott weiß, was die Norks mit ihnen machen. Wir müssen sie da rausholen, bevor sie irgendwas erzählen. Aber die Sache ist die, wir sind in der gelben Zone. Und das bedeutet jede Menge Sicherheitsvorkehrungen. Und was noch schlimmer ist, die KVA jagt dich, Brady. Also ich werde nicht lügen. Es wird schwer, sich hier zu bewegen, geschweige denn, eine Rettungsmission durchzuführen. Aber wir haben keine Wahl. Als erstes musst du deine Waffe verstecken. Dann solltest du die Bürger als Deckung benutzen. Versuch, dich anzupassen. Es gibt einen KVA-Sendeempfänger in der Zone, der dein erstes Ziel sein sollte. Aber bevor du dich auf den Weg machst, haben wir noch ein paar Asse im Ärmel. Sieh dir die Dinge auf dem Tisch im oberen Stock an. Ich glaube, du wirst sie sehr nützlich finden. Viel Glück, Brady. Ich zähle auf dich. Die Passanten als, 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 als Schutz zu nehmen. Als, als, ob ich immer nur auf den nächsten Kampf warte. Ich bin sehr gespannt, wo es jetzt hingeht. Ja, ja, ja. Hey, Brady. Hi. Wir haben ein paar Feuerwerkskörpers. In den gelben Zielen wirst du für die Streitkräfte decken. Es gibt nichts besseres, um einen Ablenkungsmane überzustellen. KVA ein gesuchter Mann und löst deshalb den Alarm aus. Um nicht entdeckt zu werden, achte immer darauf, dass zwischen dir und den Soldaten Zivilisten sind. Und meide Kameras, Fahrzeuge und Drohnen. Was? Wenn du einen Kampf beginnst, wird ebenfalls der Alarm ausgelöst. Ist das der Fall, wirst du von der KVA verfolgt, bist der Alarm verstummt. Wenn der Sichtkontakt abreißt, verringert sich die Alarmstufe. Das kannst du beschleunigen, indem du Verstecker aufsuchst. Sei jedoch vorsichtig. Du kannst in keinem Versteck, solange die KVA Sichtkontakt zu dir hat. Und kein Unterschlupf lässt dich hinein, während der Alarm aktiv ist. Sobald die Alarmstufe 0 erreicht hat, hört der Alarm auf und du wirst nicht mehr verfolgt. Hier sind Ablenkungsgeräte besonders nützlich. Wirf sie, um Feinde auf eine falsche Fährte zu locken oder sie zu verwirren. Während du fließt. Äh. Tagebuch hinzugefügt. Äh. Ich bin jetzt sehr überrascht, was für ein Wichterspiel jetzt gerade einschlägt. Ich muss mal eben kurz gucken hier wegen Tagebuch. Ablenkungstutorial. Ablenkung sorgen für eine große visuelle und hörbare Ablenkung, die KVA-Einheiten in der Nähe anziehen wird. Infanterie, die sich in der Nähe der Detonation befinden, wird betäubt. Drohnen konzentrieren sich auf das Gerät und schießen darauf. Kann benutzt werden, um die Aufmerksamkeit der Luftschiffe zu erregen. Hergestellt durch die Kombination von Chemikalien und Zündvorrichtungen. So, und da haben wir gerade eine Nachricht bekommen. Ich schau mal eben. Denk daran, Brady. Wir versuchen die Leute zu retten. Äh, wir versuchen die Leute zu retten. Wir schützen sie um jeden Preis. Burnett. Burnett. Ähm. Was für ein Weg das Spiel jetzt einschlägt mit dem Verstecken? Und hast du nicht gesehen? Das wird ja jetzt lustig. Das, äh, gerade war voll das... Ja, ich baller mich mal eben durch die Gegend und tralala und hier Basen einnehmen. Ich hab mich schon gefreut, wie einfach das ist. Das klingt ja... Oh Gott. Das heißt, wir müssen immer... Ach du, ach du Scheiß, wie geil das aussieht. Das... Wir müssen also... Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Okay, ich nehm schon mal die Knall... Nein, steck die weg. Steck die weg, Alter. Wow. Boah, wie geil das aussieht, Alter. Oh Gott. Wie geil. Ähm. Ja, das wird dann lustig, wenn wir jetzt hier in dieser gelben Zone sind. Oh, hier liegt ein Tagebuch. So. Nachbarn, ich bin sehr um die Sicherheit und das Wohlgehen unserer Kinder besorgt. Gestern habe ich einen Brief von meinem Sohn erhalten. Es war seine Handschrift. Aber die Sprache war für ihn sehr ungewöhnlich. Ich kann nicht genau sagen, was mich besorgt. Aber es klang nicht nach mein Edward. In manchen Sätzen benutzt er eigenartige Worte, verschrieb sich und setzte manche in der falschen Reihenfolge. Er war immer sehr gut in Englisch, daher versteht ihr hoffentlich meine Besorgnis. Vielleicht versucht er mir etwas zu sagen. Wir haben immer kryptische Rätsel zusammen gemacht. Also versucht er vielleicht heimlich eine Nachricht an uns zu schicken. Ich habe mit einigen Eltern, mit einigen anderen Eltern gesprochen und auch sie erwähnten ähnliche Vorfälle, wo die Briefe ihrer Kinder fremdartig klangen, obwohl sie in deren Handschrift waren. Wir sind sehr besorgt darüber, was in diesen Erziehungslagern vor sich geht und bitten alle, die solche Nachrichten erhalten, uns zu kontaktieren. Vielleicht können wir aus mehreren Briefen ein Muster entschlüsseln. Wenn unsere Kinder versuchen, uns etwas mitzuteilen, schulden wir es ihnen, unser Bestes zu geben, um es herauszufinden. Es könnte ein Hilferuf sein. Danke fürs Lesen. Krass. Ist ja sehr krass, muss ich sagen. Wenn ich das jetzt so sehe, mit dem Licht einschalten, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich spiele gerade ein Horrorspiel. Weil das so geil aussieht. Hier komme ich ja nicht lang, ne? Achso, ich wollte mal auf die Karte geschalten.